Ich bräuchte eigentlich mehr Kabel, aber es geht auch schon eigentlich so, wenn ich hier einfach das mache. So, 16 Stück und 64 Stück, das sollte auf jeden Fall eigentlich theoretisch reichen. Ja, theoretisch. So. Nehmen wir den Grasblock nochmal weg. Hallo? Du kommst hier nicht hin. Ich war in dir drin nochmal so. Ja. Kommt das Haus hier direkt daneben. Ich mich wieder versehe, wenn ich schon wieder beim Dach, ich hasse, ich hasse Dachbau. Ich hasse so, ach, deswegen, deswegen hasse ich den Dachbau. Das, das macht mich irre. Mann, Mann, Mann. So. Und nächste Reihe. Nein. Gott, oh Gott. Kapiert es aber auch irgendwie nicht. So. Was haben wir das? Haben wir nicht noch ein Stack irgendwo gehabt? Uäh. Ne, toll. Das hat ja super geklappt. Das hat ja super geklappt, echt. Ich habe den ersten Wunsch. Tut mir leid, wenn ich mich hier aufrege, aber dieses Dach macht mich irre. So, die erste und zweite Reihe, die geht immer ganz schnell. Ich reg mich am besten nicht mehr drüber auf. Jetzt wird's knapp. Nur ein Stück. Letzte Reihe. Sag nicht, dass dann einer oder so fehlt. Das passt perfekt. Krass. Krass. So. Ansonsten hätten wir das auch. So. Ähm. Kann ich aus Sandsteinland machen? Nein. Wäre zu schön gewesen. Tja. Brauche ich Sand. Nochmal richtig viel Sand. So. Nochmal richtig viel Sand. So. So. Dann nehme ich den Bohnen hier auch gleich nochmal mit. ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Boah. Tut mir leid echt, wenn ich so ein bisschen leise bin. Ich müsste eigentlich gleich mal eine Aufnahmepause machen, weil ich habe Folge 100 Folgen gedreht vor ein paar Folgen. Ich habe die letzten 99er, 98er, 97er Folgen gedreht. Ähm. Und dann jetzt hier die restlichen 100 Folgen. Auch nicht schön, ne? Auf Dauer. So. Das sollte erstmal reichen. Dann wechseln wir den Boden hier bald mal aus. Zu Kabel oder zu einem anderen Scheiß. Was wir hier finden. Boah. Hier ist doch gar nichts drin. So. Drei Kohle werden auf jeden Fall reichen. Das Glas verbraue ich erstmal. Eins, zwei, drei. Oh. Ein versetzt. Auch super. Gucke ich noch mehr nach. Mehr Kabel. So. Leder, Leder, Leder. Wir können uns bald wieder Bücher machen. Können uns bald wieder eine schöne Buchecke machen. Am besten. Am besten eine Buchecke hier an dieser Ecke. Da mit einem Zaubertisch oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas. So. Ähm. 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 Fackeln können wir bald auch wieder gebrauchen für das Lagerhaus. Was ich noch jetzt machen möchte, ist ein bisschen Stein ausholen aus der Erde. Wurde. 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 Wo will ich hier erstmal alles frei? Dann machen wir einen großen Keller. Moment mal, ich mach kurz das Mikrofon aus. Ich mutte mich mal ganz kurz, ganz kurz. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Ich kurz gemutet, musste husten. Und ich werde das ab jetzt hoffentlich mal öfter machen. Jetzt hab ich noch nicht schaust. Super. Super, 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 super. Ah, Schaufel. Okay. So. Jetzt tun wir mal das hier auch freigraben. Kohle nehmen wir auch gleich mit. Ich glaub drei Kohle für 50. Sand wird nicht reichen. Das wird überhaupt nicht reichen. So. 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 Jetzt müssen wir mal gucken hier. Nochmal sieben drauflegen. Und damit wäre das auch wieder gelöst hier. So. Den Rest kann ich ja weiterbraten. Für Glas. Glas werden wir auf jeden Fall wieder brauchen. Für die nächsten Häuser. Tatsächlich möchte ich einen weiteren Turmbaum bauen. Aber einen Leuchtturm. Das Schwierige nur an einem Leuchtturm ist, dass er rot-weiß ist. Gestreif. Gestreifen. Ich möchte es gerne aus, äh, Wolle machen oder aus Ton. Und, äh, ja, Ton müsste man eigentlich nur mit Mohn färben, glaube ich. Bei Ton weiß ich es tatsächlich nicht so richtig. Aber bei Wolle weiß ich es. Aber Wolle kriegen wir hier ganz schwierig her. Und einfach mal so einen Turmherd zaubern. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ne. Das braucht natürlich auch schon wieder so seine Folgen, ne. So. Kommt alles wieder zurück. Ich kann die nichts mehr ablegen. Ich baue nochmal eine Doppeltruhe. Eine Doppeltruhe. Ach, geht ja nur eine. Können wir ja auch mal wieder alles loswerden hier. Was wir haben. Und Gute Nacht. So. Wir haben die Konkurrenz eigentlich eingeschaltet. Wir fragen mich, warum im Keller bei uns nichts spawnt. Ich, ähm, leuchte mal den Keller aus. Bevor da noch irgendwas passiert mit einem Creeper oder sowas. Passiert ja sehr gerne. So. Jupp. Und jupp. Den setzen wir wahrscheinlich noch eine Etage tiefer. Das können wir von mir uns mal machen. Äh. Nehme ich eine neue Spitzhacke und eine... ...eine alte mit. So. Okay, den Boden hier. Wir müssen mal gucken hier. Das brauchen wir aber mal hier rein. So. Jetzt kann es losgehen. Oh. Oha. Geht noch mehr runter. So. Hoch. Was haben wir denn da? Lecker, lecker, lecker. Eisen. Nehme ich gleich alles mit. Alles, alles, alles. So. Ja, lassen wir erstmal einfach auf. Genau. Einfach erstmal auflassen. Also diese Playlist, ne, die ich ausgesucht hab, die werden uns ja noch so einige Folgen begleiten. Und ich hab jetzt schon Angst vor der Playlist. Ganz ehrlich. Äh. Ich find die echt seltsam. Wobei da, ich glaub, zwei oder drei bekannte Lieder bis jetzt drin waren, die wir wirklich kannten, ne. Aus der... Aus den anderen 100 Folgen. So. Kohle nehm ich mit. Für den Ofen. Da freut sich der Ofen wieder. Kohle aus dem eigenen Keller. Ne. Das ist sowas wie... Ich back heute mit... Äh. Oder ich koche heute mit Kraut. Oder mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Das ist auch immer eine Spezialität. Oder aus eigener Herstellung. Aus eigenem Garten. Und man weiß, was drin ist. Bei solchen Verpackungen oder so weiß man ja nie, was drin ist. Ja. Dann wären wir eigentlich schon mal ein Thema Lebensmittel. So. Das hier hat noch... Ja. Gut. Zwei Kohle für sechs. Ja. Das wird reichen. Hoffe ich doch. So. Das Brett hier. Das kann ich rausnehmen. Bevor das sich noch zu Tode brät. Und das kommt da rein. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Kabel. Genau. So. Hä? Achso. Mensch. Machen wir mal die. Und dann sollte das reichen hier für den Umfang da. So. Okay. Das haben wir. Ähm... So. Alter. Hier müssen wir jetzt nicht unbedingt weitermachen, ne? Haben wir so ein kleines schönes Häuschen, was in den Berg geht. Und wir brauchen da jetzt auch nochmal eine Schaufel, um da den ganzen Boden rauszureißen. Dann verwechseln wir den durch Kabel aus. Aber Kabel haben wir auch nicht mehr so viel. Äh... Das kann alles so ein bisschen knapp werden. Das kann alles so ein bisschen knapp werden, aber... Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? Haha. So. Ne. Ähm... Das kommt noch mit. Und dann brauchen wir bald mal Trun. So. Äh... Erstmal wird jetzt gebullet hier. So wie in einer Sandkiste gespielt. Ja, warte mal. Wir machen nochmal... Ich mache nochmal ganz kurz einen Screenshot im LP. Am besten alle drei Häuser hier. Super. Seht ihr auch, wenn ich aufnehme? Ui. Äh... So. Nehme ich das jetzt mal hier. Ich muss schon wieder niesen. Ein Moment mal bitte. Ein... Moment bitte. So. Jetzt ist das... Jetzt ist die Nase auch viel besser. Das wird nicht lange halten. Haben wir Kabel mit dir. Äh... Da. So. 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 Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist seltsam. So.